Wind dreht nach Ost, Nebel kommt auf. Der Himmel sieht plötzlich so merkwürdig aus. Verehrte Fluggäste, wir beginnen unseren Landeanflug auf Los Angeles. Willkommen, Mrs. P. L. Travers in der Stadt der Engel. Es riechte nach... Jasmin. Nach Chlor und Schweiß. Die Schöpferin unserer Geliebten, Mary. Poppins. Nie einfach nur Mary. Wo ist denn nun, Mr. Disney? Sie ist da. Willkommen, Pamela Travers. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, Sie endlich kennenzulernen. Ich darf Sie bitten, mein Name ist Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt, nennen Sie mich Walt. Vor 20 Jahren versprach ich meinen Töchtern, ihre Mary Poppins förmlich aus den Seiten ihrer Bücher fliegen zu lassen. Ich hab's versprochen, Pam. Ich weiß, was er ihr antut. Sie wird herumhüpfen und zwinkern. Wenn Sie ihm die Rechte nicht übertragen, kann er den Film nicht machen. Verdammt. Nun, lassen Sie uns anfangen. Kommt her, hier ist die Pflanz für jedermann. Was für Ideen? Der Schutzmaniak, den Räubermann. Wie hört sich das an? Nein, 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 nein. Räubermann ist kein Wort. Wir haben's erfunden. Dann ent-erfinden Sie es wieder. Sie will Dick von Dighton. Nein? Nein. Banks Haus sieht anders aus. Alles falsch. Es ist alles falsch. Super-Kali-Tragilistik, X-B-I-Li-K-T-I-Li. Stop! Mary Poppins steht nicht zum Verkauf. Sie wird keines ihrer albernen Cartoons. Sagt die Frau, die eine fliegende Nanny mit sprechendem Schirm Kinder retten ließ. Sie denken, Mary Poppins Absicht wäre, die Kinder zu retten? Oh je. Mrs. Travis, was entgeht mir hier? Was muss ich noch anstellen, um Sie glücklich zu machen? Sie waren noch nie in Disneyland, dem glücklichsten Ort der Welt. Nein, 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 bitte. Wann kommt schon jemand nach Disneyland mit Walt Disney persönlich? Da ist er! Woher kamen Sie eigentlich? Mary Poppins und die Banks sind Familie für mich. Mary Poppins gab es wirklich? Es sind nicht die Kinder, die Sie retten will. Es ist Ihr Vater. Es ist Ihr Vater. Sie haben keine Ahnung, was sie mir bedeutet. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich schwöre, dass jeder, der das Filmtheater betritt, seine Freude haben wird. Wollen Sie Ihre Geschichte nicht zu Ende erzählen? Die Jungs haben eine Idee und die wird Ihnen gefallen. Und um mir das zu sagen, nutzen Sie mich heraus? Nein, ich habe gewettet, dass ich schaffe, Sie aufs Karussell zu kriegen. Ich habe 20 Dollar gewonnen. Ja!